Da ihr alle im Tagesgeschäft eigentlich immer irgendwie ein bisschen festhängt, bleiben häufig Vertriebsaktivitäten auf der Strecke. Die letzten Tage waren für mich sehr lehrreich und abenteuerlich und deshalb fangen wir heute damit an. Wir hatten viel Spaß, wir hatten sehr sehr tiefgehende Sessions in den Einzelcoachings. Wir haben verschiedene Eins-zu-eins-Sessions durchgeführt, das heißt Coachings mit Experten hier bei Real Brands. Jetzt Aufgabe 30 Minuten, Kontakte machen. Also Umsatz. Meinet Umsatz. Alles klar. Die letzten Tage waren mega geil, also es war wirklich unbeschreiblich. Ja, sehr geil. Von der Location, das Schönste, was ich hier erlebt habe. Ich habe total entspannt und habe gleichzeitig extrem viel gelernt. Aber das ist der Basic-Part, in Kontakt treten, in Kontakt treten, in Kontakt treten, in Kontakt treten. Die ganze Zeit mit Leuten. Und dann geht's rund. Und dann haben wir Spaß. Ja, auf Umsatz, Männer. Man kann halt zusammen Spaß haben und mal zusammen das gut verdiente Geld mit ausgeben. Das hätte ich ohne die Maßnahmen also nicht geschafft, nicht geglaubt, dass das in dieser kurzen Zeit möglich ist, so eine Veränderung herbeizurufen. Ich habe mir mega, mega, mega gehofft. Und es sind immer mega coole Leute. Also die letzten Tage waren gigantisch unglaublich, also man kann es gar nicht genau beschreiben. Ja, es sind alle ein ordentliches Stück gewachsen. Ja, es sind alle ein ordentliches Stück gewachsen. Untertitelung des ZDF, 2020